Guten Morgen, Prinzessin. Was machst du da? Ich übe gerade, weißt du? Das klingt ja spannend. Und wofür übst du? Wir gehen heute zum Jahrmarkt. Und da hüpfe ich auf einer Hüpfburg und fahre Autoscooter. Und da gewinne ich einen Goldfisch. Einen großen, orangefarbenen, mit so Glubschaugen. Na ja, ich versuch es. Das klingt ja toll. Prinzessin! Ich komme! Sind jetzt alle da? Ja, ich bin bereit, die Segel zu setzen. Ich bin auch da. Guten Morgen, Prinzessin. Also dann, machen wir einen Ausflug zum Jahrmarkt. Hurra! Tütüt! Ich bin ein Autoscooter! Vorsicht, Prinzessin! Pass auf, dass du nicht... Oh! Stolperst! Au! Armes Püppchen! Oh, liebe Zeit! Oh, meine Nessi! Geht es dir gut, Spätzchen? Mein Fuß tut weh! Soll ich die Ärztin rufen? Au! Mein Fuß! Tut mir leid, Prinzessin. Dein Fuß ist wirklich schlimm. Du musst dich eine Weile schonen. Und aus dem Jahrmarkt wird wohl auch nicht... Doch, schau, ich kann trotzdem... Au! Oh, Vorsicht, Püppchen! Du musst auf die Ärztin hören. Ich fürchte, du musst heute leider zu Hause bleiben. Aber ich will doch zum Jahrmarkt gehen! Viel Spaß damit! Prinzessin! Wir haben beschlossen, wir behalten, was wir gekauft haben. Wirklich? Wettbewerberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberber